Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bitte arm zu deinem Bestand, hier kannst du die Effekte von Bezauberte langen Ziegen anhalten. Ah, Bezauber, greift den Verbindenden an, halt und verstärkt seine Ziegen, Einzüge verbreitet. Ah, Moskito, hey, geht los! Ich liebe eure Kostüme, ich hätte auch mal so ein Kostüm, aber oben war es eher ein Babydaw-Top mit gerabten Schultern. Und dazu super süße Leggings mit so einer Art wie Hellmuster. Ja. Oh, das ist nicht, oder? Oh, das ist nicht. Sehr dauernd, das hat gekreifelt. Ich hab's mal einfach gemacht. Irgendwas mit Rutsch, so. Hier. Okay. Wie ein Netz? Ah, Mann! Zu schnell für dich, was? Zeig uns, was du drauf hast! So, wir sind dran. Okay, wir machen die Schlampe hier vorne fertig. Ah, hier hat er Rutsch, so. Und dann geht's mit Rutsch. Okay, und dann geht's mit Rutsch. Oh, das ist ein Rutsch. Ja! Oh, das ist ein Rutsch. So, Mew und Karno. Ja, genau, aber Rutsch. Und dann geht's mit Rutsch. Ja, nicht nur, was er macht. Auch in einem Rutsch. Weil er schützt deine Daumen. Die greift ihm ja einfach an. Und dann hauen sie weg. Und wechselt, ja? Kleiner Rückschlag! Beschwerd, ihr Süßen! Doch keine Wuchlandung! Wirklich, Jungs, die Wings sind echt gut! Ihr seid nur neidisch, hab unser junges Glück! Und, ab die Post! So! Können wir heilen Sie? Heilungen nur kommen in 3 Sekunden! Ja, Mann! Ja, die Lieder! Mach sie fertig, Sachsack! Ja, perfekt! Mann, pack, Mann! Darauf trinke ich! Was hast du wirklich an guten Fisk? Es lebt fast in der Luft, der Judenkeit! Die sind ja alle dumm und gerade! Der Judenkeit! Dieser Mondschirfisch! Du kannst auf mich zählen! Mann! Perfekt! Hey Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Lass doch Moskino in Ruhe! Ah ne, Human Cakes! Scheiße! Seit wann ist Grayson's Glanz verbrennen in? Bei der sechsten Glase startklar! Eigentlich ist es so ein Spiele mehr, oder? Ach, wir haben... Super gut! Guck mal auf das schon mal! Ah, Human Cakes würde auch schaden, ne? Äh, da machen wir doch mal nicht! Ähm... Wie kommen wir hier? Da geht mir aus und vor uns da rein leben! Die überlebt das nicht! Okay, das ist nicht gut! Da werde ich mir sowas von dem Bauch vollpressen! Ja! Blitzfreak ist in den Startlöchern! So, Blitzfreak! Was ist das denn gut für den Startlöchern? Was überrenne alle Feinde in den Heilen und lass uns nicht brennen? Ja, das ist schon so... Ach, das ist schon so... Ach, das ist schon so... Mh, okay... So, mach mal her! So, und... Na, warte mal! Alter, das hat nie getan! Ja, 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 ja... Die Dinger nicht hin! Los, bunter Arsch! So... Also, mit X kann man das rechnen... Dann brennt der auf, das ist sehr geil! Au! Wie fühlt sich denn solche Filzies? Nein! So, ich hab das Gefühl doch nicht zu gestalten! Ja! Äh, große Verbrennung nach dem... 1, 2, 3, 4... Ach! Äh, Blitzfreak ist ja unsichtbar! Das heißt, ich will das eigentlich machen! Drenn! 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 Ja! Nun geil! Hurra! Zitronenriegel für alle! Ja! Genau! Der Ruf kann man stolz sein! Ja! Das ist ein Wort! Vitalitäts-Kennig! Out of fact! Und 5,26 Euro! Ah, schuld! Die Dinger ist jetzt gehört! Los, das ist unsere Chance! Schnell weg hier! Das ohne zu bezahlen, und sei dann vom Wasser! Diese Mädchen sind mein Kryptonin! Du hast mich gerade noch gerettet! Ich steh tief in deiner Schuld, Arsch! Held! Wo ist dein Kryptonin? Ja, das wissen wir noch nicht, dass wir gesamtlich bitte... Nein, seit jeder Superheld braucht etwas, wogegen er machtlos ist! Finden welche Phobien? Emotionale Traumata? Komm, es muss doch was geben! Nee, wir sind einfach super! Ist schon okay! Ich bin in deinem Team Arsch, Kind! Mir könntest du's sagen! Zeig mir mal dein Charakterprofil! Leinstechnik... Ja ich weiß nicht, der hat dein Profi! So... Dampfklessor, Wazimskills, Kauskiller, Alte Leute, Leinste... Lass dir Zeit! Das ist seine wichtige Entscheidung! Und er muss sein Leben lang leben! Ja, ja! Hips Menschen... Mh. Also Chaos-Kinder auf jeden Fall, weil die werden wir noch ein paar Mal treffen. Wesenstuhl. Ex-Cluster werden wir auch noch treffen. Alte Leute. Ich vertraue dem Spiel nicht, das tut wirklich, dass wir gegen alte Leute kämpfen müssen. Mh. Vampiren-Tex. Ich nehme mal Vampire. So, das ist so unterpassen. Finde ich eher nervig als schrecklicher, ist deine Sache. Ja, nein, nein, nein. Kryptolit-Tompiere. Jawoll. Super, erledigt. Sein Kryptolit wird offiziell notiert. Dankeschön. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Jawoll. Muskie-Tompiere. Du kannst erhöhen, dass dein Team aufhalten. Ja, guck mal. Jetzt mal. Äh, drücke auf den Mop-Comp, wie sie sehen. Hier, die Verbündeten-Apps. Äh, wähle mit L den Verbündeten aus, indem du entfernen willst und drücke A. Achso, jetzt können wir... Nun zum Beispiel ersetzen gegen... Super-Craig. Das ist ja geil. Ah, das ist nice. Können wir uns praktisch unser... Können wir praktisch unser Team zusammenstellen. Das ist echt cool. Kann man sich denn auch, wenn ein Kampf verliert? Äh, wenn wir das dann das nächste Mal versuchen, praktisch schon... Äh, äh... Nein, keine Tasse. Ich kann mir die Tasse nicht... Und jetzt ist er weg. Ah, gut. Das haben wir noch ein bisschen scheiße hin. Mal gucken, ob wir noch keine Aufgabe haben. Äh... Äh... Der ist gleich langer und dann nächster runter. Ich fände euch schon noch, Miezis! Ah! Einsicht mit dem Weg auf die Fresse! Oh. Du bist tot! Ups! Was scheiße, die Sterben waren wir? Ähm... Warte, ähm, können wir das irgendwie ausschalten? Wir sind doch irgendwie den Weg gefrein machen können. Ich glaub, der fehlt uns vielleicht noch eine Fähigkeit. Das heißt, wir müssen zurück runter und dann wieder nachdenken. Ey, naja, komm vorbei, dann arbeiten wir in deinem Ausdruck. Ey, du brauchst uns da echt den Super-Fashion im Fall. Was soll denn dachten? Ja, weil ich dachte jetzt... Jetzt ist er wieder weg. Ey, Schwanzgezicht, du und dein Super-Freund-Moskito sollten besser vorsichtig sein. Wieso? Will die uns etwa drohen? Sie machen sich strafbar. Entferne sie sich vom Power-Wheel. Mann, will er nicht über die Kamera ummachen. Wie war das? So, müssen wir warten. Ach, ich hab zu kotzen. Okay. Wurde nicht kaputt, warum soll er? Ähm... Gibt's nicht auf der anderen Seite? Gar nicht so erstmal. Gut, das ist halt... Ey, ich hab die Katze... Wieso gehöre ich hier immer eine Katze? Uh, da hinten. Wie komm ich da hin? Weil es ist nicht die Katze, die wir suchen. Hallo, Kitsch! Ey, Katze! Wurde! 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 Hä? Wurde! Wurde! Ich darf mich nicht vergessen lassen, die Katzen lassen sich locken. Kannst du mir nochmal helfen? Diese mir vom Hals zu schaffen. Weiß da, alle Waiselsripper auf dem Kacktebogen! Äh, wo ist der? Der ist schon wieder im Waisels? Ist der doof. Oh meine Güte, wir gehen dir mal helfen. Ja ja, vielleicht muss ich die Katze vorher treffen. Ey, haut's auch ab, scheiße. Na gut. Wir gehen mal, wir ein Moskito erneut zur Hilfe. Aber nimm das noch mit. Geht nicht besser. Anders gesehen. Was ist das, geht nicht? Warnung, Sie haben 5 Sekunden. Ja, bin einfach weg. Oh mein Gott, wie süß bin ich bitte, wenn ich wütend bin. Supi süß, echt mal. Oh mein Gott, gehst du wirklich einfach weg? Nein, verdammt. Oh mein Gott. Warte, verdammt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, was ist das für ein Moskito da? Das stimmt doch denn unten. Verzeugt die Ecke bei beiden in der Nähe und verstärker deine Insel. Ja, mach mal ganz Spaß. Okay, jetzt mach mal. Ah, okay, siehst du jetzt solche Fisis? So, wir haben hier etwas mit Rückstoß. Höherausfeuerkupen bei den Töberchen. Du bist deine Feinde, eine Spalte, Zaube. Das tut uns ja nicht. Es gibt alle Feinde in einer Reihe, das mach mal. Noch eins zurück. Dann sollte man die Besten herstellen. Mein Zaubgrüssel steht offen vor, Staunen. Alter, du übertreibst brutal. Ich sag mal auch für dich, Alter. Willi, jemand postet jetzt ein Bild von dir auf Kunsta-Gram? Doch, oder? Okay, you will die. Dann können wir uns da bitte nicht raus. Mal schauen. Ja, dann machen wir sie weg. Ah, fuck man. Kleiner Rückschlag. So toll, dass ihr da seid. Nimm das, Süßi. Was geht nur zu schlagen, um den Zauber zu brechen? Wir werden wahrscheinlich töten. Okay, gute Infos. Was geht nur zu befreit? Man sieht immer so wie eine volle Zauber. Jawohl. Hier steht auch nicht. Ich bin direkt da vorne. Wieder vor dem Schlag! Das habe ich kommt sehen. Alles in Ordnung? Super! Ich will das weg! Ich will das weg! Frissen und weg! Schrake Scheiße, Alter! Schrake Scheiße, was du da brauchen! Lachen Sie? So! Jetzt ist das Unste! Ja, stehen die hier am Reihen? Wie ist das? Die stehen trotzdem noch mal. So, die blauen müssen wir so richtig anzirken, eigentlich. Dann macht man einfach ein bisschen Schaden einfach. Aber du willst jetzt, du weißt du? Mach jetzt! Ah! Du kleiner Shaker! Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. Was? Ich will es gar nicht wissen. Ich bin mir nicht dauernd. Ist sie denn dauernd? Nein, sie hat einen Tick. Okay. Gehen wir jetzt mal auf. Wie auch. Oh, scheiße. Die Tickkopf ist mir gleich eingreifen, ne? Malche, wen sollen wir verbrennen? Ich kann nur sie an seinem Bumme eins. Biu biu! Der Toe ist Backshot! Verloren! Hey ihr Süßen! Ich hoffe ihr habt Spaß! Oder auch nicht! Ist mir eigentlich egal! Nein! Super Greg! Nein! Deine Schlägersorge für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Super Greg! Perfekt zum Trinken! Richtig, Mann! Ja, ein bisschen. Sieh kein Peck! Au! Alles schön und lustig, bis wir aus den Augen und Erschen bluten! Hier! Du schaffst das! Wachen wir mal! Ja! Ja, das ist ein paar Teck! Oh, schau mal! Ich steh' nicht in der Reihe! Ja, ich steh' nicht in der Reihe! Ich steh' nicht in der Reihe! Ich steh' nicht in der Reihe! Los! Okay! Bereit zum Abflug! Ok! Woah... Ich steh' nicht in der Reihe! Also los! Super quick! Nein, was machst du? Ja, treff erreicht für einen Homerun! Das darf denn sein! Nein! Du bist geil! Gleich kommt das Warn! Ich nockele an dir, das nockelt für dich! Oh, rein, Neuer! Ja! Okay, das machen wir! Dann muss ich noch eine weg! Keine Art ist so pracht wie deiner, Forslade! Wollt ihr nach der Tracht? Das ist nicht okay! Wir haben Verluste! Ja! Lass mich nur kurz an den Leichen lutschen! Oh, Mist, das ist mir jetzt... Das wollte ich überhaupt nicht so sagen! Äh, Moskito, was... Nein, Moskito... ... und... ... und... ... ... ... was gewählte... ... Pommes lebe mit... ... klar! ... 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